hallo freunde auf meinen kanal ich zeige euch heute ein video mit diesem federmäppchen da ist aus stoff hier steht auch die marke handgemacht von der ug wendelstein federmäppchen habe ich gekauft hat 8 euro 50 gekostet und das ist sehr sehr weich und wenn man den reißverschluss aufmacht sie das ganze so aus wenn man stift daran möchte hier sind die stifte ja auch der stift alle die auch so wenn die stiftung sind sie das so aus mit inhalt und das mäppchen verschließen wir mal und jetzt kann man das mit in die schule nehmen das kann man mit arbeit nehmen wenn man zum beispiel lehrer ist kann man das benutzen und ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja gibt einen daumen nach oben abonniert meinen kanal ich habe so viele kommentare wie möglich über das mäppchen und auch was vielleicht das andere video sein kann mit diesen mäppchen wer weiß also immer fleißig kommentare schreiben abonnieren dann freue ich mich und bis zum nächsten video liebe zuschauer tschüss